Guten Tag und Herzlich Willkommen zu einem, ja, Herzlich Willkommen zum Susi 3. Heute fahren wir auf der, ja, wir fahren hier mit den, ja, Susi 3, mit den, ja, wir sind hier in der Baureihe mit, mit schönen Steuerwagen hier, mit den Berger, mit Simmelingen, grünen Simmelingen, da mit einem, ja, was haben wir denn, Hintergrund, da haben wir noch eine, 51, ja, muss hier noch was machen. So, muss ich kurz was machen. Dass ich das grün habe. Okay, das heißt, jetzt drücke ich mal T, das ist das Einzige, grün Abfahrt und Tür schließen. So, rücklösen, bremslösen und Abfahrt, Herzlich Willkommen, Ansagen, Abfahrt, mit, mit, rum. Oh Gott. Hä? Es ist das ein, ja, bitte, hä? Ich bin, 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 ich bin Wo ist meine Infozeile? Da. Okay. Ich darf ja 120 fahren. Los geht's. Ich muss gucken, ob der Anzeigen tut. Das ist der Scheiße hier. An diesem Blutenkackteil, ey. Das sagt nix an hier. Der bewegt sich gar nicht hier. Oh, ich reg mich aufreich. Ach Gott. Konferieren, zwei drücken. Ach ja, jetzt nicht. Ich hab anderes zu tun. Äh, Führerstand, äh. Rote Linie, ja, drei drücken, okay. Ja. Ja, ja, ja. Leck mich doch am Arsch. Ich nehm das alte, weil da kannst du besser mitmachen. Moment mal. Ich nehm das alte. Ich könnte mitgucken. So, komm, komm, guck mal mit. Lies hier ein. So, pass auf. Ist moderner Zug. Hallo, darf ich, darf ich mal? Danke. Äh, wir fahren jetzt die, äh, 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 ja. Äh. Ich, Eingabe. Jupp, perfekt. Das ist sehr gut. Das ist immer sehr wichtig. 90, äh, 70, 79. Äh, juppi, juppi, radio annehmen. Ähm, so, jetzt medimiere das einfach mal und wieder zurück ins Game. Nächste Station, Liebenau, Kreis Kassel. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Untertitelung des ZDF, 2020 Kassel Sommer Regnes Verrull Was ist denn los hier? Vom fährt er der schwach an? Was ist denn los hier? Mann, Mann, Mann Mein Gott Fahr doch, du scheiß Teil, ey Da ich ziehe ich So, warum fährt der wieder kackteilen? Ich halte den Mund Jetzt, so, gib Gas Strom aber immer hoch Pantung an An damit So, mal schauen Jetzt, komm Meine Fresse Ich muss kurz Susi leise machen Jetzt krieg ich in Ohren Fakt hier Moment So Jetzt aber leise Nächste Station Liebenau Kreis Kassel Ausstieg in Fahrtrichtung Rechts Be Tag Die Wieder غröp muss anhalten der wetter wird schneller am arsch hier ok weiter geht's jetzt habe ich schon jetzt kein bock mehr ich steig um ich steig um habe keinen bock den zug zu fahren der scheiße verzeihung dieses wort zu sagen muss man muss so sagen dass gott scheiße was ist das denn ja erfurt nach köln 111 ja 111 wenn ihr nicht so viele der scheiß so muss ich gucken haben nach war wohl 110 kasselhagen 218 sind einflug ohr ist das kacke ist alles kacke 59 das ist auch vielleicht schaffe ich ihnen die mir noch 1 50 das ist doch das doch andere das ist doch dann nehme ich einfach mal haben die hier für die 110 schnapp hier für die 110 ich kann nicht damit umfahren 112 denn den fahrer der vierte ja auch dann nehme ich den 112 dortmund das waren wir jetzt alter das fahren wir jetzt sei das fahrne jetzt schnauze voll genug gefickt hier sehr geehrte fahrgäste aufgrund des erhöhten fahrgastaufkommens bitten wir sie zügig auszusteigen der zug ist leider nicht angekommen das kann lustig 24 ok so linie so ungültig habe doch gedacht das ist ungültig das ist ein kack das ist ein blöder kack drücken muss ich gucken ne warte nicht ok 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 Ja, seit kurzem. 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 Ja. Ja, seit kurzem. 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 Ja. Ja, seit kurzem. Ja, seit kurzem. Ja. Ja. Ja, seit kurzem. Das ist... Ja. Ja. jeden fall so kommen 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 hol das stückchen und ihn gibt gas gibt gas und stelle ich das ganze so um jetzt hier raus zu stellen jetzt hat er nicht mehr auch er legt mich doch am arsch legt mich doch am arsch der spiel ist mich ohne ende was ist hier los dass es noch mal brent so wie ich das ganze auch mal was ich jetzt auch mal machen würde ausnutzen würde so türen schließen so stelle ich das auf zehn bar ein und dann muss einfach abfahren jetzt muss er einfach jetzt muss er eigentlich jetzt abfahren was ist das denn auch jetzt habe ich jetzt hat er nicht mehr auch egal ach leck mich doch am arsch leck mich leck mich im arsch weißt du was jetzt nicht mal super osnabrück 24 ich will auch keine 24 was soll das ich wollte hier schon achner fahren und warum jetzt brauche ich mal 110 ich war jetzt einfach mal 111 war gucken ob das jetzt geht dann schmeiß mich das ding weg auch wir sind ein kein zentermeter gefahren sondern wenn die dieses video euch gefällt bitte lasst natürlich nicht für mich ein abo da wenn ich wenn dir erfahren kann also gemein wenn die wenn die ist ja ein abo da lassen ich habe mir dafür ein abo ort dieses jahr hat zwei kanäle ach so ich habe mutt ist es nur ach so ich wollte hier nicht ich höre nichts oh man muss ja laute machen ich weiß ich weiß es jetzt ist gar nicht weil ich weiß ich gar nicht ich weiß es gar nicht oh na ist scheiße so auch mal gucken ob das dabei weil ich hier schon ein paar kommentare geschrieben habe so bitte folgt den kanal dann seid ihr überhaupt eine große Serie jetzt sind wir hier auf die andere oder koch du scheiße so mir ist zu sehr erigemal noch zu laut so jetzt mal die susi bisschen leiser weil das oder bei mir was mit meinen köpfe hören ach so jetzt war ich hier mal leise weiter ist nicht für euch so jetzt habe ich ein bisschen leise gemacht weil das ist das 111 für zwilling nach alten becken gibt es kann ich auch ansagen jetzt aufmachen wie ich das mal einfach mal auf die edit auch ansagen kann beim mund habe ich keinen bock benutzen zu können aber auf jeden fall so ist wie ich das ganze mit den alten gerät hier weiß ein alter zu machen wollte das nicht sagen also das ist auf jeden fall so kipps hate kommentare 25 85 ok ungültig 25 58 egal da ist es ist halt egal muss man um verwenden meine damen und herren der nächste halt ist item beaken item beaken mit mit dem set patch set patch a verschiebt sitting aber auf jeden fall texturen werde ich werde er auch irgendwann mal live stream machen vielleicht morgen live stream machen einfach bei badmock live stream machen kann einer melden oder so was oder sowas oder da kann man mal live stream machen so sie wird auch mit mitkommen das heißt das ist das selten warum ich will wissen was es von mann ist das war nicht für uns jetzt haben wir auf dem tunnel wir fahren mit einem ich zeige euch noch wenn doch noch ein zeige das euch mit euch nicht verarsche ihr seht es hier sehen wir wo reihe 111 und da natürlich ja alte lackierung simile gelbe lackierung mit ein sandwich so ist das schön alte jahre bei uns gefahren ne nicht bei uns auf der linie auf rot lackierung warum was setzt das verfertigt nicht oh mann bis jetzt ehrlich jetzt echt jetzt mein hauptschatte knallt ich hab doch gedacht dass mein hauptschatte knallt ist warte mal ich muss mal den rand da weg machen das das sieht doch scheiße aus einstellungen wo ist das denn da ganz so froh das ach fährt wieder dredd schalter gefallen denn dort oh wie geht denn jetzt das die die Z, Dracke Z oder so. M, 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 M. Das gucke ich mal, jetzt auf der, das Ding. Hä, komm Leute, warum fährt der Zug, Zug nicht? Ich, zurück, fahr, ich sag mal, rückwärtsgang, so ein bisschen scheuer oder was? Jetzt haben wir mal rückwärtsgang, das ist auch auf jeden Fall. Rückwärtsgang ist ein bisschen bescheuert. Das Gang rein. Nee, fährt er nicht, ach egal, das ist Trendschalter, ich das weiß, ach ey, leck mich doch am Arsch, ey. Leck mich doch am Arsch. Es war so gut, aber ich kann, ich kann hoffenweise nichts auswählen. Aber es geht hoffenweise, scheiße, oh ey. Okay, 41, 42, was wir machen können, ist ganz einfach. Ja, Abbruch, hier möchte ich gerne Abbruch machen. Das ist immer das Scheiße hier. Das ist immer Kacke. Ich brech das ab, weil das ich, weil ich möchte, wird was anderes fahren. So, ich hoffe, ich habe mehr Auswahl, wenn ich jetzt einfach normal, einfach mal Salzkotzen nehme, weil Salzkotzen ist auch was nett ist. So, das ist ja schon wieder eine Scheißkacheln, ich weiß ja, das regt mich wohl auf. Ja, ein derfere Oren, ja genau, du mir auch. So, ich würde sagen, jetzt verabschiede ich mich, es hat euch Spaß gemacht, wenn, ja, ein Like, och, heute geht die Scheiße nicht. Und ich sage Tschüss, adios, ja, leck mich doch mal aus, Tschüss.